Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 10.01.2023 und unser DAX hat sich heute mal über die 14.800 gezogen, demzufolge erstmal die bullige Erwartungshaltung bestätigt. Wenn wir die Tageskerze jetzt sehen, zucke ich da ein bisschen, muss ich schon sagen, von der Ausbringung der Bewegungswelle wäre das nämlich dolle zu kurz eigentlich für einen neuen Trendabschnitt. Also um tiefer reinzukommen für einen Doppeltop, wäre es mir fast zu hoch, aber das ist eine kleine Nuance. Also ich sage mal, hätte der den Tagesschuss 20 Punkte noch tiefer gekriegt, hätte ich fast gesagt, na okay, ist noch legitim. Wenn wir uns nämlich an gestern erinnern, hatten wir, da hatten wir genau das gesagt eben. Ähm, die bullige Variante wäre für mich, stellt sich hoch an die 800, macht dort flach zur Seite und treibt dann weiter oben raus. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass er steil abverkauft wurde, also flach zur Seite oben, es würde hier als Flagge durchgehen, was wir zurückbekommen haben. Wir können ja mal auf der Ebene ein bisschen reingucken hier, auf untergeordnete Ebene. Untergeordnete, wenn ich hier noch kleiner reingehen würde, in 15 Minuten Chart, 5 Minuten Chart oder sowas, würde das als Flagge vollkommen legitim sein. Also, äh, im Grund, was ich sagen will, im Grunde ist das bullige Szenario noch möglich. Und er ist sogar auch darin, ähm, für dieses Bärische, was wir immer gesagt haben, mit, ähm, möglicherweise Doppeltop und er zieht sich wieder zurück an die 14.200. Er wäre auch okay, wenn er einfach früh an die 14.800 dran springt, sich dann wieder zurückzieht und dann unter 6.50 fällt oder Tagesschluss auch unter 5.50, 6.50 stellt, rote Tageskerze unter 6.50 macht, fehlt halt einfach ein bisschen was. Das heißt, unser DAX ist gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Er ist durchaus gut unterwegs gewesen. Aber die Amerikaner haben eben auch gut Gewinne nochmal zum Abend weggegeben und das macht es jetzt hier in dem Sinne eigentlich recht, naja, noch offen auf beiden Seiten für den Dienstag. Ich könnte mir vorstellen, dass er am Dienstag, also ich würde jetzt quasi sagen, wir sind noch in der bulligen Variante, aber die, diese, diese Doppeltop-Szenario, ich weiß, es ist, es ist kein, es wäre kein Schönes, aber er würde das dann so spielen, ne? Das wäre ihm egal. Jetzt, wenn der sich jetzt unter 6.50 runterdrückt und er arbeitet da unter, unten drunter weiter, unter 6.50, er schiebt sich jetzt hier unter der 7.00 durch, unter der 6.50, dann wäre ich, ganz ehrlich, eher short gestimmt, weil ich mir gut vorstellen könne, dass der dann erstmal wieder bis, ja, hier so 500, 4.45, dann aber auch bis 3.80, 3.15 und dann eben 200 wieder zurückschneiden kann. Und wenn es einfach bloß eine 61er Korrektur oder 50er Korrektur der Aufwärtsbewegung der Jahreseröffnungswoche wird, ja? Ja, und so wie ich gestern gesagt hatte, dass über 6.70 für mich der Markt eher nach oben hin attraktiv ist, Richtung 7.75, 800 rein, haben wir ja gesagt, ne? Alles, was über 6.50, über 6.60 oder so, habe ich, glaube ich, gesagt, oder 6.50, 6.65, irgendwie sowas hat man, haben wir gesagt, hat der Markt eher eine Tendenz in die 800 und in die 7.75 rein, hatten uns das hier angeguckt. So würde ich jetzt sagen, zum Dienstag unter 6.50, sind ja noch 50 Punkte, die man da abwarten müsste, ja? Ja, unter 6.50 hätte ich eher Tendenz Richtung 500 und tiefer, ja? Also, so würde ich es einfach abgrenzen und aber auch ganz klar sagen, wenn wir aber nicht unter 6.50 fallen und er dreht sich auf 700 oder darüber einfach nur wieder auf, dann bleibt er für mich im bullischen Szenario und kann oben auch drüber laufen weiter Richtung 15.100. Erinnert euch, wir haben gestern hier diese Welle, diese Bewegungswelle von hier unten, projiziert an das Tief, nach oben rausgesteckt und gesagt, okay, erstes Ziel ist hier 7.75, 800, dort wird er zucken, nächste ist dann 15.100 und kann hoch bis weit sogar überall Seite hoch dann gehen, ja? Und das wäre im Grunde noch legitim und auch gültig, wenn er jetzt einfach, ich sag mal, über 700 bleibt, sich da flach zur Seite dreht, wieder auftritt nach oben und wieder in die Trennte, Fortsetzung geht, über 800 wieder drüber schiebt, wird es Stück für Stück die nächsten Zonen abklappern, 8.50, 8.85, in die 900 rein, die 15.000 dann wahrscheinlich direkt durchlaufen, rein in die 15.100 von dort wieder deutlicher reagieren, aber das wäre meine Erwartungshaltung, sodass ich klar sagen würde, oberhalb 700 oder bei einem Aufdrehen auf 700, egal ob es jetzt 47, 57, 57 ist, das ist für mich dann alles eher positiv Richtung über die 800 drüber, ja? Fällt aber wie ein Stein gleich um zu Start, weil er jetzt verunsichert ist, durch auch die Gewinnmitnahmen bei den Amerikanern, schon so früh eigentlich, also wenn man sich die Indizes dort ankommt, dann muss man schon sagen, unser DAX ist hier sehr, 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 sehr weit und sehr, sehr hoch gekommen, die Amerikaner aber ganz und gar nicht, ne? Also da ist momentan jegliche Euphorie und Vorfreude, die viele verströmen oder die viele auch haben, noch sehr, 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 sehr früh, vielleicht sogar auch zu verfrüht noch, ne? Das sieht noch nicht gut aus, ja? Und wenn da jetzt wieder ein schlechteres Marktfeeling reinkommt, wieder Unsicherheit reinkommt, wieder Verkäufe in bestimmten Branchen oder in bestimmten Weltbereichen stattfinden, dann wird das unser DAX auch eher nochmal dazu nutzen, um hier einfach ein bisschen Schwung zu holen, ne? Und deswegen, ich würde unter 6,50 einfach Schwung abwarten und da eben noch gucken. Und das war schon ein bisschen auffällig auch heute, ne? Die Stimmung war zum Montag ungewohnterweise optimistisch euphorisch teilweise, also nicht nur im DAX, also bei vielen Sachen haben ja Leute geschrieben, auch bei den Kryptos, dass da jetzt endlich die Tiefs gefunden werden und das jetzt steigen wird. Und dann guckt man sich die Charts an und die sehen alle Scheiße noch aus, ne? Da ist überall noch ein Abwärtstrend intakt, das ist alles noch an den Tiefs. Da sind so 1, 2 grüne Kapseln gerade mal grün von ein Jahr abwärts. Das ist schon noch relativ früh, um da irgendwie was zu feiern. Und da muss man wirklich sagen, steht unser DAX verhältnismäßig wirklich gut da. Die anderen sehen nicht so gut aus, aber sind viele auf den anderen Werten sehr euphorisch gewesen. Aber habe ich schon heute Vormittag mit den Kollegen diskutiert hier, dass das schon ganz schön verdächtig eigentlich ist, wie optimistisch denn plötzlich alle sind, obwohl doch eigentlich die Märkte noch gar nicht so gut wieder aussehen halt, ne? Aber müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass diese Stimmung aus dieser positiven ersten Jahreseröffnungswoche auch sehr, 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 sehr schnell wieder kippen kann. Und so ein Abverkauf der Tagesgewinne, wie wir es jetzt am Montag, insbesondere auch bei den US-Börsen gesehen haben, kann dafür durchaus ein Auslöser sein. Ja, und deswegen einfach am Dienstag jetzt ein bisschen aufpassen, wenn der unter 650 kippt, wenn nicht, ist es fein. Ja, wenn er über 700 bleibt, auch gerne nochmal long probieren, nochmal hoch Richtung 800 und höher. Aber unter 700, unter 650, glaube ich, kriegen wir langsam eher eine Tendenz dann hin, dass wir hier auch mal wieder ein paar rote Tageskerzen sehen. Ja, und die gehen dann bis 500, bis sogar 14, 200. Das wären so die ersten zwei Anlaufstationen. Und wenn wir hier unten stehen, reden wir dann auch wieder über die Altbekannten hier unten. Okay, dann würde ich es soweit zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.